Für die Tanzschulen startet normalerweise im September die Herbstsaison. Doch die Vorfreude auf einen Beginn schlägt in Verzweiflung um, denn seit Mitte September durften nur mehr zehn Personen pro Tanzkurs teilnehmen. Und ab Freitag sind es dann nur mehr sechs Personen. Und hinzu kommt auch noch die fehlende Ballsaison. Wie gehen die betroffenen Tanzschulen damit in der Praxis um, das frage ich meiner Studiogast. Bei mir ist der Leiter der Tanzschule Schwebach, Thomas Schwebach. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie haben eine Tanzschule in Wien und in St. Pölten. Wie sah denn die Praxis jetzt bisher aus, wo die Regierung gesagt hat, wir dürfen jetzt nur mehr zehn Personen bei einer Tanzschule sein? Wie sah das aus? Also wir haben nach dem Lockdown wieder eröffnet mit einem Präventionskonzept, das wir uns selber auferlegt haben, wo es darum gegangen ist, die Paarenzahl im Saal zu reduzieren. Es war einerseits die Grenze mit den zehn Personen bei Solokursen und andererseits haben wir bei besonders großen Sälen nach der Sportregelung das Ganze so interpretiert, dass es mehrere zehn Personengruppen mit ausreichend Abstand sein konnten. Wir haben komplett auf Tanzkurse verzichtet, wo Partnertausch stattfindet. Das heißt, es haben immer nur zwei Menschen miteinander getanzt, die so und so im selben Haushalt wohnen und die hatten keinen Kontakt zu anderen Pärchen. Die Paarenzahl im Saal war reduziert. Die Lüftung ist in einem Tanzsaal so und so immer auf einem sehr hohen Level. Das heißt, da erfolgt ein ganz großer, hoher Luftaustausch. Und wie gesagt, durch den vielen Platz, durch den hohen Luftaustausch, durch die geringe Anzahl der Pärchen war das Tanzen sehr sicher und wir konnten weitermachen. Wir haben zwar viele Zielgruppen verloren, jugendliche Singles, wo das Partnertauschen im Tanzkurs wichtig ist, aber Gott sei Dank haben wir die tanzbegeisterten Wienerinnen und Wiener und die St. Pöltenerinnen und St. Pöltener behalten können und die tanzen derzeit weiter. Das heißt, die Tänzerinnen und Tänzer hatten zu dem Zeitpunkt dann auch eine Maske drauf oder konnten wir die dann ablegen? Also die Regelungen für den Sport, für die Bewegung schaut so aus, dass man bei uns so umgesetzt, dass man im gesamten Tanzstuhlbereich, beim Kommen, in der Garderobe, an der Bar, beim Herumgehen überall Maske tragen musste und in dem Moment, wo man auf der Tanzfläche war, durfte man beim Tanzen die Maske abnehmen, so wie es bei anderen Sportausübungen genauso ist. Das hat super funktioniert und sobald die Gäste zum Tanzen wieder aufhören, Maske wieder rauf und klappt gut. Ab Freitag gelten dann neue Maßnahmen, da heißt es von der Regierung, es sind nur mehr sechs Personen pro Tanzkurs erlaubt. Wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das dann bei diesen sechs Personen, ist da schon der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin einberechnet? Das können wir selber gar nicht wissen. Es heißt, das ist genau die passende Aussage, morgen tritt die Verordnung in Kraft, heute gibt es die schriftliche Verordnung noch gar nicht zum Nachlesen und sich daran orientieren. Also ob jetzt der Tanzlehrer inkludiert ist oder nicht, können wir gar nicht wirklich rechtssicher jetzt sagen. Wir hoffen, dass es irgendeine Lösung gibt, die dann Bezug nimmt auf die Raumgröße, so dass wir mit mehr als sechs Personen plus Tanzlehrer oder sechs Personen inklusiv Tanzlehrer, wie es auch sein wird, dann arbeiten dürfen, weil es sonst nicht klappen würde. Das heißt, das wären ja, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt bei diesen sechs Personen plus einem Tanzlehrer, einer Tanzlehrerin, sind das ja dann drei Paare nur mehr. Oder wenn man dann sagt, okay, der Tanzlehrer oder die Tanzlehrerin ist da schon inkludiert, dann könnte man ja eigentlich nur mehr mit zwei Paaren in der Praxis tanzen. Ganz genau. Das ist kaum vorstellbar, weil komplett sinnlos. Wenn ich mir einen typischen Tanzsaal vorstelle, dann hat der 100 Quadratmeter und meistens weit mehr und da tanzen dann zwei oder drei Paare herum. Das wäre für eine Tanzschule nicht sinnvoll, nicht rentabel und würde de facto auf lange Sicht bedeuten, dass es Tanzschule so nicht mehr geben kann. Welche Tanzkurse sind denn jetzt vor allem in Ihrer Tanzschule jetzt eigentlich noch möglich? Sie haben es eh schon gesagt, diese Paartänze, aber was genau für Tanzkurse sind das jetzt für alle Zuseherinnen und Zuseher, die sich da vielleicht nicht so gut auskennen? Das ist der klassische Paartanzkurs für alle Pärchen, die zu zweit kommen und den ganzen Abend mit diesem Partner fix tanzen. Das reicht von den Paartanzkursen für jüngere Pärchen, also ab 20 aufwärts, wie auch für Paartanzkurse für ältere Pärchen, Senioren und so weiter. All die Kurse finden ganz normal statt, mit begrenzter Paarenzahl, mit Präventionshygienekonzept, mit großen Abständen und außer beim Tanzen immer mit Maske im ganzen Haus. Was auch noch stattfindet, sind im kleinen Rahmen Solotanzkurse, das heißt Fitnesskurse, Solotanzkurse, wo die Abstände auch gehalten werden können für Einzelpersonen und wo dann auch kein Kontakt unter den Teilnehmern stattfindet. Also so Hip-Hop oder Dance for Fans oder diese ganzen Dinge, Zumba oder sowas, das gibt es momentan bei Ihnen nicht? Also bei uns in der Tanzschule momentan nicht. Es gibt Bewegungsprogramme, das heißt bei uns das Programm MoVita, das ist so ähnlich wie Zumba, nur einfach noch ein bisschen angenehmer, einfacher und nicht so auf Schwitzen orientiert, sondern mehr auf Koordination. In anderen Tanzschulen gibt es noch Solotanzkurse auch. Wie gesagt, das, was es definitiv nicht mehr gibt, ist der ganze Jugend- und Singletanzkursbereich, wo das Partnertauschen wichtig ist, weil das geht in diesen Zeiten einfach nicht wirklich. Und da lernt man dann so lateinamerikanische Tänze, Standardtänze oder was genau? Bei unserem Solotanzprogramm MoVita ist es eine Mischung aus Koordination, also da schult man Gleichgewicht, Koordination der Füße und der Arme. Es ist ein Tanzteil dabei und es ist ein Fitnessteil dabei. Es sind ganz viele lateinamerikanische Tänze, die hier genommen werden. Es wird meistens Musik genommen, die echte Ohrwürmer sind, so dass man wirklich eine Stunde lang Spaß pur fühlt in der Gruppe mit entsprechenden Abständen. Dann kann man was für sich tun. Also da ist wirklich jeder nur für sich, plus einem Tanzlehrer. Und eigentlich denke ich mir jetzt, wenn man da mit seinem Partner kommt, mit dem man ja eh in einem Haushalt wohnt, dann wird es da ja gar keine Cluster geben, oder? Gab es auch nicht. Es gab in den letzten Monaten seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown im März, April, gab es keinen einzigen Cluster, der in einem Tanzstudio, einer Tanzschule entstanden ist. Das heißt, Tanzen als Freizeitbeschäftigung ist sicher. Es wird immer die fehlende Möglichkeit der Abstände ins Treffen geführt. Aber wenn wir die Paarenzahl begrenzen, wenn der Luftwechsel im Raum sehr hoch ist, der Platz sehr groß ist, dann passiert hier nichts, was wir über die letzten Monate bewiesen haben. Sie bieten ja auch jetzt Tanzkurse virtuell an, habe ich auf Ihrer Homepage gesehen. Wie genau machen Sie denn das? Wir haben gleich beim Lockdown überlegt, okay, wenn die Gäste nicht zu uns in die Tanzschule kommen können, dann machen wir was, wo wir zu Ihnen nach Hause kommen. Da war jeder zu Hause quasi eingesperrt. Es gab viele Menschen im Homeoffice und wir haben die Idee des Tanzwohnzimmers geboren. Und beim Tanzwohnzimmer geht es darum, dass wir den Unterricht, der im Tanzsaal stattfindet, in einer Kulisse veranstalten, die wie ein Wohnzimmer wirkt, mit Couch und allem drum und dran, und die Tanzfiguren speziell auf Wohnzimmergröße adaptiert haben. Und somit kann jeder zu Hause am Laptop, am PC, und viele haben es einfach dann am Fernseher angesteckt und haben das auf großer Fläche gesehen, konnten mittanzen. Möbel auf die Seite, Livestream einschalten. Und wir zeigen das vor, direkt im Tanzsaal, und die Gäste tanzen zu Hause mit. Jetzt, wo wir offen haben, ist es sogar parallel. Das heißt, man hat einen Tanzsaal mit tanzenden Gästen. Und das Vorzeigen passiert im Tanzwohnzimmer im Tanzsaal. Und es gibt Gäste, die von zu Hause aus mitschauen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Sicherheitsbedürfnis. Ich will mich nicht ins Auto setzen und herfahren. Ich habe gerade am Abend Zeit und möchte mich nicht mehr umziehen. Also ganz viele nutzen das sehr gerne und können zu Hause die Tanzzeit zu zweit in ihrem eigenen Tanzwohnzimmer erleben. Die Tänzerinnen und Tänzer, die jetzt noch bei ihrer Tanzschule wirklich vor Ort sind, sind das hauptsächlich Stammgäste? Das sind fast ausschließlich Stammgäste. Es ist jetzt irrsinnig schwierig, neue Gäste zu kriegen, weil einfach durch die ständig wechselnden Verordnungen entsteht so ein Angstgefühl. Ein aus unserer Sicht unbegründetes Angstgefühl. Kann ich in eine Tanzschule gehen, ist es dort sicher. Also neue Gäste ganz schwer. Stammgäste, das sind die, die jetzt noch da sind. Die Wienerinnen und Wiener, die bisher immer getanzt haben, jede Woche, die wollen das weiterhin machen. Die merken einfach, wie es ihnen physisch und psychisch gut tut, sich in der Freizeit zu bewegen. Und die sind jetzt noch da in großem Umfang. Die wollen auch weiter tanzen und die fühlen sich auch wohl, weil sie einfach merken, wir tun alles, damit das Tanzen in der Tanzschule sicher ist. Ich möchte gerne mit Ihnen jetzt noch zu dem wirtschaftlichen Aspekt kommen. Im März war dann der Lockdown. Wie ging es Ihnen denn da jetzt wirtschaftlich zwischen März und Mai? Zuerst haben wir mal das Team reduziert, weil wenn keine Tanzkurse anfangs möglich waren, mussten wir das tun. Wir haben versucht, die hauptberuflich Tätigen bei uns in der Tanzschule weiterzuhalten. Die sind für uns wichtig, die sind gut ausgebildet, die brauchen wir, wenn es dann wieder losgeht. Also wir haben teilweise mit Kurzarbeit gearbeitet, die jetzt schon wieder am weniger werden ist, die jetzt wahrscheinlich wieder mehr wird, wenn wir nicht mehr so viel tun dürfen und können. Fixkostenzuschuss ist ein Thema. Ansonsten ist es einfach darum gegangen, Kosten zu reduzieren und versuchen von den Stammgästen einfach noch Treue zu behalten. Und das ist uns Gott sei Dank gut gelungen, weil eben so viele Gäste, und ich weiß es auch von einer anderen Hand, schon begeistert sind und sagen, hey, wir wollen weiter tanzen, deswegen unterstützen wir euch, damit es euch weiterhin gibt. Wie erging es Ihnen dann im Sommer, weil da hat die Regierung ja die Maßnahmen etwas gelockert, da musste man nicht mehr überall Maske tragen. Ging es Ihnen da dann besser? Da hat sich das Ganze stabilisiert. Es war sogar so, dass einige Hochzeitspärchen wieder gekommen sind, da war einer die Hochzeiten wieder am Erholen. Und der Sommer hat uns eigentlich Mut gemacht für den Herbst und dann Mitte September mit der neuen Verordnung war das auf einen Schlag wieder weg. Die Tanzkurse mit den Hochzeitspärchen waren weg, die Ballsaison wurde dann abgesagt und all diese Dinge sorgen dafür, dass es jetzt einfach ganz, ganz dramatisch wird. Jetzt ist ja die Herbstsaison eben eigentlich eine wichtige für die Tanzschulen. Wie geht es denn da weiter? Glauben Sie, wird es da jetzt mehrere Schließungen geben? Glauben Sie, dass gewisse Tanzschulbetreiber sagen, wir können uns das einfach nicht mehr leisten, wir können nicht mehr mit den Tanzlehrinnen und Tanzlehrern, die wir haben, jetzt noch arbeiten? Ich glaube, dass es auf kurz oder lang kommen wird. Wenn die Regelung, die jetzt voraussichtlich kommt, dann für uns auch in vollem Ausmaß gilt und wir keine Auslegung finden, die auf die Raumgröße Bezug nimmt, dann werden ganz bestimmt einige Tanzschulen einfach nicht mehr weitermachen können, weil ein rentabler Betrieb mit sechs Personen pro Raum nicht möglich ist. Viele versuchen es mit diversen Ideen einfach noch rauszuzögern, aber wenn die Regel so scharf bleibt, wird es viele im Frühjahr spätestens dann nicht mehr geben. Kennen Sie jetzt persönlich in Ihrem Umfeld andere Tanzschulen, denen es wirklich wirtschaftlich so schlecht erging, dass Sie gesagt haben, wir müssen jetzt unseren Betrieb schließen? Ja, ich kenne Tanzschulen im Umfeld, die haben schon geschlossen. Und es gibt andere, die sind jetzt mit den aktuellen Veränderungen einfach so gefordert, dass sie sagen, es wird nur mehr wenige Monate so weitergehen, wenn das so streng bleibt. Sie haben auf Ihrer Homepage geschrieben, einen Vergleich zwischen Partys und Tanzschulen. Da schreiben Sie, es gibt keine Differenzierung in der Verordnung. Was genau meinen Sie denn damit? Man kann den Gesetzgeber natürlich verstehen, es geht um eine einfache Regel, sechs Personen, mehr darf es nicht sein. Tatsächlich muss man differenzieren, weil das Ziel des Gesetzes ist, so meine ich ja, illegale Partys, Zusammenkünfte auf engstem Raum, all das, was nicht geregelt ist, was kein Präventionskonzept zugrundet, dass man das verhindert. Tatsächlich wird aber alles in einen großen Topf geworfen, nämlich das professionell agierende Unternehmen, das mit Präventionskonzept und viel Platz und Luft dafür sorgt, dass man sicher sein kann. Und einerseits die illegale Partys, die man verhindern will. Also hier brauchen wir Differenzierung, weil sonst geht es zu Lasten von vielen Unternehmen, die einfach ganz massiv leiden. Wenn wir jetzt auch den Vergleich machen, zum Beispiel zwischen der Gastronomie und Tanzschulen, jetzt gilt dann ab Freitag nur mehr sechs Personen in den Tanzschulen und auch sechs Personen pro Tisch in einem Restaurant. Finden Sie das dann gerechtfertigt? Es lässt sich sicher alles rechtfertigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Gastronomie besser behandelt wird als wir. Es ist durchaus gerechtfertigt, dass sechs Personen pro Tisch sitzen dürfen. Und wenn das Lokal gut gelüftet ist, kann man sich da durchaus sicher fühlen. Aber das sind ja dann mehrere Personen, also nehmen wir an sechs Leute pro Tisch, und das sind dann wirklich mehrere Personen in einem großen Raum. Bei Ihnen sind das dann nur mehr sechs Personen mit oder ohne Tanzlehrer, wissen wir jetzt nicht, aber in einem wirklich 120 Quadratmeter Raum. Und mehr. Also wäre es dann Ihrer Meinung nach gerechtfertigt oder nicht? Das wäre nicht gerechtfertigt, überhaupt nicht. Also es geht darum, dass man einfach mehr Leute rein darf, dass ein Bezug genommen wird auf die Raumgröße, dann wäre es fair. Kleiner Raum weniger Leute, großer Raum mehr Leute. Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz beim Bewegen, alles total wichtig. Und Einbahnregelungen beim Betreten. Also man kann ja ganz viel machen, was wir schon seit Monaten tun, deswegen ist es ja sicher. Es wird ja sogar der Sport unterschiedlich behandelt. Fußballtraining, Fußballspielen darf möglich sein. 22 Personen im Freien oder Hallenfußball mit ein paar weniger ist möglich. Aber Tanzen hört bei sechs Menschen, egal wie groß der Raum ist, auf. Das ist ein bisschen unfair. Wir hoffen aber und denken positiv, dass wir das irgendwie abwenden können und eine Regelung finden, damit wir weiter tun können. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt jetzt eine fehlende Ballsaison. Auch der Opernball soll nicht stattfinden. Das ist natürlich gerade für Wien ein wirtschaftliches Desaster. Jetzt kommen noch dazu fehlende Hochzeiten, fehlende Feste. Warum sollte man jetzt dann trotzdem sagen, man möchte in eine Tanzschule, weil eigentlich, wenn man das jetzt alles irgendwie so auflistet, könnte man ja sagen, es gibt eigentlich gar keinen Bedarf am Tanzen. Ja, vordergründig gesehen könnte man so sagen, wenn man jetzt nur das bedarfsbezogene Tanzen lernen meint, ich lerne für eine Hochzeit, ich lerne für den Ball, ich frische auf für den Ball, da gibt es jetzt eigentlich wenig Bedarf, da haben Sie vollkommen recht. Aber das ist gar nicht so die Hauptzielgruppe der Wiener Tantschule, der österreichischen Tantschule, sondern es geht darum, viele Menschen, die jetzt auch noch bei uns tanzen, machen das als Freizeitbeschäftigung. Es ist wahrscheinlich das schönste Hobby zu zweit, weil ich mich zu zweit mit meinem Partner zu Musik bewege und da einfach richtige Quality Time verbringen, richtige wertvolle Partnerzeit. Und das ist noch immer ein ganz starker Grund, tanzen zu gehen, vor allem gerade in diesen Zeiten, wo der Kontakt zu anderen Menschen einfach weniger sein muss. Dann habe ich zumindest hier noch etwas, so eine kleine Oase im Alltag, wo ich zu zweit mit meinem Partner schöne Zeit verbringen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit meinem Partner gerne bei Ihnen in der Tanzschule in Wien oder in St. Pölten anfangen, wie sieht das dann in der Praxis aus? Haben Sie sich da jetzt schon was überlegt für Freitag, also für morgen? Gibt es da dann eine App oder wie genau kann ich dann bei Ihnen anfangen? Also für morgen und übermorgen müssen wir einfach noch auf die Verordnung warten. Da können wir dann ein paar Stunden Zeit zum Reagieren. Also wir hoffen, dass das bald kommt. Grundsätzlich ist es bei uns so, ich buche eine Mitgliedschaft. Bei uns ist das sogenannte Tanz-Abo. Im Tanz-Abo kann ich kommen, so oft ich will und vor allem die Termine wechseln. Das passt gut in den Zeitgeist. Ich habe nicht immer am selben Tag Zeit. Ich wähle mir den Termin, den ich möchte. Es gibt eine App und in der App sehe ich die Termine der nächsten sieben Tage und kann mir dort auswählen, welchen Termin ich besuchen möchte. Dadurch ist gewährleistet, dass nicht zu viele Paare im Saal sind. Dadurch ist Contact-Tracing möglich, weil wir wissen, welche Paare im Saal sind. Und ich kann dann kommen, wann ich möchte. Wir stellen sicher, dass man dann kurz vorher noch Restplätze auch noch buchen kann. Also wer öfter kommen möchte, kann auch das tun. So hat jeder eine Terminauswahl und gleichzeitig aber auch die Sicherheit, den Platz, den ich habe, der ist sicher und das sind nicht zu viele Menschen. Wenn wir jetzt darauf nochmal zurückkommen, auf diese staatlichen Förderungen. Sie haben ja gesagt, Sie haben da schon welche in Anspruch genommen. Welche Unterstützung könnte es denn Ihrer Meinung nach für die rund 110 Tanzschulen in ganz Österreich geben? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte darüber nachdenken, dass man sagt, es gibt Unterstützungsleistungen. Nur glaube ich, dass die ganze Sache einfach länger dauern wird, als wir jetzt glauben. Irgendwann laufen die Unterstützungen aus. Uns würde helfen, wenn es eine Art Umsatzsteuersenkung geben könnte, wie ähnlich wie in der Gastronomie. Die Gastronomie mit den 5% ist ein schönes Beispiel auch für uns. Wenn Tanzen gehen, wenn Bewegung, wenn Gesundheitsförderung in Wahrheit auch diesen Umsatzsteuersatz hätte, wäre er uns da sehr geholfen. Das, was uns aber wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, wenn wir einfach arbeiten dürfen, in einem vernünftigen Ausmaß, mit einer vernünftigen Regelung, die auf die Raumgröße Bezug nimmt und wir einfach mit mehreren Pärchen in einem Raum tanzen dürften. Damit wäre uns am allermeisten geholfen, weil das, was alle tanzen wollen, ist einfach offen halten und mit den Gästen tanzen. Vor einigen Tagen war bei mir jemand zum Talk, der hat erzählt, er würde gerne einen Österreich-Gutschein haben, im Wert von 1.000 Euro, den könnte man dann für die Wirtschaft verwenden, indem man regionale Produkte kauft oder indem man in Österreich Urlaub macht. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel überlegen, so etwas könnte man auch für den Sport einsetzen, einen 1.000 Euro Österreich-Sport-Gutschein, würde Ihnen das zum Beispiel helfen? Das wäre eine riesig tolle Idee. Es wäre ja ähnlich wie der Gastro-Gutschein, der der Gastronomie hilft. Wäre ein Bewegungs-Gutschein, würde allen Bewegungsanbietern helfen, den Sportanbietern, den Tanzstudios, den Tanzschulen. Wäre eine tolle Idee und würde natürlich auch die Gesundheit der Bevölkerung fördern, weil jeder hat auf einmal die Möglichkeit, hey, da kann ich was tun, um mich zu bewegen, um meine Gesundheit zu fördern. Also Herr Schwebach, was genau wünschen Sie sich jetzt von der Regierung, wenn Sie sagen, okay, bitte, jetzt wissen wir, es sollen wirklich nur mehr sechs Personen in unsere Tanzschulen kommen, wir wissen aber noch nicht, mit oder ohne Tanzlehrerinnen oder Tanzlehrer, was genau wünschen Sie sich jetzt dezidiert von der Regierung? Ich wünsche mir, dass es eine Regelung gibt, die auf die Raumgröße Bezug nimmt und je nach Raumgröße zum Beispiel eine 10-Quadratmeter-Regel, ein Tanzbad, 10 Quadratmeter und damit kann man eine vernünftige Gruppengröße je nach Tanzzahl festlegen und keine absolute Zahl wie sechs Personen. Das wäre das Allerwichtigste, damit wir mal vernünftig weiterarbeiten können. All die anderen Dinge wie ein Bewegungsgutschein oder eine Umsatzsteuersenkung wären dann noch on top natürlich toll langfristig. Aber glauben Sie, wird die Regierung darauf einsteigen? Ich denke immer positiv. Ich denke mal, es gibt jetzt eine Verordnung und dann gibt es dazu eine Interpretation, eine Auslegung und ich glaube, wenn man es ganz vernünftig betrachtet, sehe ich nicht, warum wir da nicht irgendeinen Weg finden sollten, um da weiter tun zu können mit mehr als sechs Personen pro Raum. Oder wird die Regierung womöglich erst dann darauf reagieren, wenn Sie sehen, okay, es gibt wirklich österreichweit ein Nach- und Nachsterben der österreichischen Tanzschulen? Das wäre schade, wenn es so lange dauern würde. Also da werden wir jetzt auf jeden Fall noch schauen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Herr Schwebach, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke für das netze Gespräch. Danke auch. Und danke auch an Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.